Freunde, ich hab da was für euch. Im letzten Video haben wir uns das neue TouchWiz angeschaut, das Design, die neuen Funktionen und so weiter. Kurz sind wir auch auf die Einstellungen zu sprechen gekommen und genau darum geht es heute. Was sind es für Einstellungen? Was hat sich geändert? Genau das sehen wir jetzt. Ihr seht schon, der Aufbau, der ist jetzt deutlich weniger bunt. Wir haben immer noch viele bunte Icons. Die sind aber kleiner geworden und in, ich glaube, das sind Pastellfarben, sieht alles ein wenig zurückhaltender aus. Ansonsten sind natürlich die, ich sag mal, Grundfunktionen gleich geblieben. Bei Verbindungen sehen wir dann sowas wie Bluetooth, WLAN und so weiter, können das aktivieren und deaktivieren. Keine Sorge, es wird noch spannender. Wir haben hier jetzt die Töne, können natürlich zwischen den drei wichtigsten Profilen wählen. Wir können aber auch die Touchtöne und den Bildsperr-Sound, den Ladeton und so weiter, alle das können wir hier einstellen. Auch Tonqualität und Effekte, Adapt-Sound passt dann quasi den Sound an euer Ohr an, müsst ihr mal ausprobieren. Wir gucken nochmal kurz in die Statusleiste, denn auch dort sind natürlich alle wichtigen Shortcuts vorhanden und man kann sie auch ein bisschen ändern. Hier lassen sich direkt die Funktionen ein- oder ausschalten oder dann eben in genau diesen Menüpunkt kommen. Die Benachrichtigung ist ein sehr wichtiger Punkt. Ihr könnt einstellen, welche App darf euch Benachrichtigungen schicken und von welchen möchtet ihr keine sehen. Ihr kennt das, viele Apps schicken einfach was raus, das möchtet ihr aber gar nicht sehen. Das lässt sich hier einstellen und über erweiterte Benachrichtigungen einstellen könnt ihr da sogar noch mehr ändern. Ihr kennt das, es gibt verschiedene Benachrichtigungen, zum Beispiel poppt entweder was in der Statusleiste auf oder aber man bekommt ein richtiges Pop-up und vielleicht wird es auch auf dem Sperrbildschirm angezeigt. All das könnt ihr hier für die Apps einzeln definieren. In der Anzeige wird es dann spannend zum ersten Mal, denn wir haben hier den Blaufilter mit dabei. Der sorgt dafür, dass ihr auch bei, ich sag mal, dunklerem Licht wirklich angenehm auf euer Smartphone schauen könnt. Ihr könnt hier noch die Deckkraft bestimmen und ihr könnt Zeitpläne einstellen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zum Beispiel. Oder ganz einfach so, wie ihr das gerne hättet im benutzerdefinierten Zeitplan. Bedeutet, zum Beispiel nachts macht es natürlich Sinn, wird es dann immer diesen Blaufilter geben und ihr habt einfach, ich sag mal, ein angenehmeres Lichtgefühl vorm Schlafen gehen. Man soll dadurch besser schlafen können. Ich habe das schon ausprobiert mit verschiedenen Smartphones. Sonst besser schlafen konnte ich dadurch, glaube ich, nicht, aber es ist wirklich deutlich angenehmer, wenn man im Bett liegt. Auch das hier kennen wir vielleicht vom S7 und S7 Edge. Man kann, ich sag mal, die Icons größer oder kleiner skalieren. Ich mag es lieber kleiner, dann habe ich mehr Platz, das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Genau das kann man hier nun von Anfang an machen. Natürlich haben wir auch wieder zwei Edges mit dabei, mit verschiedenen Aufgaben. Die lassen sich dann hier im Seitenbildschirm oder im Seitenbildschirmmenü in den Seitenbildschirmeinstellungen regulieren, aktivieren und so weiter. Wir haben die Seitenfeeds, wir haben das Seitenlicht und so weiter. Da sind wirklich keine Neuigkeiten dabei. Ist einfach das, was wir auch bei den älteren Edge-Modellen schon zu tun haben. Der einfache Modus ist weiterhin mit dabei. Für alle, für die, ich sag mal, Touchless in seiner Reihenform vielleicht zu kompliziert ist oder zu grob gestaltet, der kann dann hier sehr, sehr einfach arbeiten. Und jetzt kommen wir zum Symbolrahmen. Das habe ich im letzten Video schon angekündigt. Man kann einen kleinen Rahmen um die Symbole packen, dass das Ganze, ich sag mal, mehr zusammenpasst. Ob man das schön findet oder nicht, ich mag es. Hier kann man es aktivieren und deaktivieren. Also Rahmen wieder dran und weiter gemacht. Natürlich haben wir auch noch sowas wie das Bildschirm-Timeout. Das wird bei mir immer direkt hochgestellt, denn ich mag es gar nicht, wenn das Display ausgeht. Dann haben wir natürlich auch das Always-On-Display mit dabei. Eine Funktion, die ich wirklich nicht missen möchte. Ich mag das richtig, richtig gerne und auch hier lässt sich natürlich wieder ein bisschen was einstellen. Also, zum Beispiel können wir einen Zeitplan festlegen. Wie viel Uhr soll es losgehen und bis wie viel Uhr möchte ich das sehen. Nachts zum Beispiel brauche ich das nicht oder so. Wir haben viele verschiedene Layouts. Wir können die Uhr hier hinsetzen. Wir haben ein analoges oder ein digitales Uhren-Symbol und so weiter. Dann haben wir natürlich noch die LED-Anzeige. Möchten wir oben unsere Benachrichtigungs- und Lade-LED sehen oder stört sie euch vielleicht? Die könnt ihr hier ganz einfach deaktivieren. Gehen wir wieder einen Schritt zurück und kommen zum Punkt Hintergründe. Natürlich lässt sich hier das Hintergrundbild ändern. Ihr könnt aber auch jedes eigene Bild, das ihr habt, nutzen. Ihr könnt auch einfach auf den Homescreen gehen, kurz irgendwo ins Leere drücken, und dann kommt ihr genau zu diesem Punkt hier. Hier sehen wir dann also sowas wie zum Beispiel das Hintergrundbild, das wir ändern können, aber auch die Symbole. Wir haben das eben gesehen. S-Pen. Natürlich gibt es dazu einiges zu sehen, ist aber nicht alles. Denn wir haben auch noch sowas wie Smartset. Das heißt, das Smartphone, das registriert. Ihr schaut drauf, also geht es nicht aus. Den einhändigen Betrieb können wir aktivieren und dann das Bild kleiner machen oder natürlich zum Beispiel die Tastatur zum linken oder rechten Rand schieben lassen. Ja, da war ein lieber Kollege, der meinte, er wolle berühmt werden. Er hat ihn nicht wirklich ausgepackt. Dazu war er dann doch ein bisschen zu schüchtern. Vorher oder nachher ging da nichts. Macht euch keine Sorgen. Die Gerätewartung. Ja, hier können wir eine Übersicht über den Akku, Speicher, RAM bekommen über das Management und zu Gerätesicherheit. Und jetzt können wir diese, ich sag mal, Bewertung auch verbessern, indem wir auf Beheben klicken. Ich bin kein großer Fan von solchen Reinigungsdingern. Na gut. Wir sehen natürlich noch alle Anwendungen, also ganz normal die Apps, die ihr installiert habt, Verzeihung. Dann gibt es noch sowas wie Gerätesicherheit. Natürlich auch sehr wichtig. Wir haben verschiedene Sperrbildschirmtypen. Das kennen wir so aber schon. Fingerabdrücke kennen wir auch schon. Neu ist aber der Iris-Scanner, der gleich oben rechts neben dem Samsung-Logo sitzt. Ja, interessantes Thema. Hat sehr schnell und sehr gut funktioniert. Ich persönlich muss aber sagen, okay, ich drücke schon meinen Fingerabdruck ab. Mein Auge hätte ich eigentlich gerne bei mir behalten. Natürlich versichert man, dass alles sicher bleibt und sowas. Aber ich bin da noch kein großer Fan von. Wir haben noch sowas wie Cloud und Content. Google, natürlich Eingabehilfen, die allgemeine Verwaltung und das Benutzerhandbuch. Bei allgemeiner Verwaltung finden wir dann einfach sowas wie App-Updates, Datum, Uhrzeit, Spracheingabe und sowas. Also dieses ganze Standardzeug. Ja, das waren sie. Das sind die neuen Einstellungen auf dem Samsung Galaxy Note 7. Die Videos kamen in den letzten Jahren immer gut an. Deswegen dachte ich, mache ich mir das doch auch nochmal dieses Jahr. Ja, das war es von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.